Und herzlich willkommen hier bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute geht es um 20 Fakten über mein Kaninchen und ja, dann fange ich mal an. Fakt 1 ist, sie heißt Schnürwittchen. Sie wird geschätzt auf 3 bis 4 Jahre. Sie hasst Weintrauben, Tomaten und Bärenkram und sowas. Sie liebt es zu kuscheln und schläft auch oft auf einem Schoß ein. Sie liebt Karotten, Petersilie und Löwenzahn. Sie hasst es, wenn man sie hochnimmt, aber das sollte man ja eh nie tun, da Kaninchen Fluchttiere sind. Sie mag Kinder, außer wenn es ihr zu wild wird, dann versteckt sie sich. Ich kicker mit ihr und so kann sie auch ein paar Tricks. Sie ist manchmal eine richtige Zicke. Sie hat früher immer meine Tapete abgefressen, aber heute macht sie es Gott sei Dank nicht mehr. Sie geht zwar nicht auf die Toilette, hat aber trotzdem im Käfig eine Stelle, wo sie immer ihr Geschäft verrichtet. Wenn sie mal keine Aufmerksamkeit bekommt, zwickt sie gerne mal, aber trotzdem beißt sie nicht. Sie hat zwei schwarze Streifen auf ihrer Blume, das macht sie echt einzigartig. Kann man gerade vielleicht ein bisschen sehen. Leider hatte sie einen EC-Anfall vor 10 bis 11 Wochen. Aber sie hat keine bleibenden Schäden und kann also genauso weiterleben wie vorher. Wenn ihr gerne mal ein Video zu EC haben wollt, dann, oder wissen wollt, was EC ist, weil EC ist ja nur die Abkürzung, dann lasst es mir mal wissen mit einem Kommentar und, oder wenn ihr was anderes wissen wollt oder so, schreibt es in die Kommentare. Sie jagt immer den Staubsauger und springt auf ihn. Sie mag keine engen Häuser, deshalb musste ich ihr auch so ein großes bauen. Sie liebt die Rolle, wo sie gerade dran ist. Und sie hat ihre Lieblingsstellen, wo sie immer schläft. Zum Beispiel jetzt hier vorne in der Ecke oder im Häuschen. Und, ja, das war auch schon der letzte Fakt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich echt freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst oder auch ein Abo. Und, ja, ihr könnt ja weitere Video-Wünsche einfach mal in die Comis schreiben. Und, ja, ich werde jetzt einfach jeden Sonntag oder jeden zweiten Sonntag ein Video hochladen. Ja, okay, dann bis nächstes Mal. Ciao!